Hallo Leute, wie versprochen lese ich euch über das neue Bundesgesetz vor. Ich habe euch bis jetzt nur mündlich gemacht, aber jetzt habe ich das auf 21 Seiten schwarz-weiß vor mir liegen. Hier könnt ihr mal sehen, das sind Blätter, die 21 Seiten entsprechen, das ist aber nur eine Kurzfassung. Die Langversion beträgt über 100 Seiten, das sind entweder 107 oder 108 Seiten. Das Video bzw. was ich euch mündlich gemacht habe, vielleicht ist das für euch nicht verständlich, verständnisvoll und ich habe mir heute vorgenommen, euch das vorzulesen von 21 Seiten, damit es für euch vielleicht verständnisvoll klingen würde. Ich lese euch mal vor. Also, wichtige Vorderungen für ein Bundesteilhabergesetz. Die Parteien CDU, die SPD und CSU haben versprochen, es wird ein neues, es wird ein Bundesteilhabergesetz geben. Bis jetzt gibt es das Gesetz noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Es soll ein neues Gesetz geben, das Bundesteilhabergesetz. Bundesteilhabergesetz ist ein schweres Wort. Es ist der Thema, es ist der Name für ein neues Gesetz. Bundesteilhabergesetz heißt, das Gesetz soll für ganz Deutschland gelten. Teilhabe heißt, behinderte Menschen sind ein Teil von unserer Gesellschaft. Sie gehören dazu. Sie haben die gleichen Rechte, sie können überall mitmachen, sie sollen dafür Unterstützung bekommen. Es folgt die Seite 2. Darum soll es im Bundesteilhabergesetz gehen. Das Bundesteilhabegesetz soll wegen der UN-Behindertenrechtskonversation geben. Die UN-Behindertenrechtskonversation ist sowas wie ein Vertrag. Dieser Vertrag gilt fast auf der ganzen Welt. Deutschland muss sich an diesem Vertrag halten. In der UN-Behindertenrechtskonversation stehen zum Beispiel Behindertenfrauen und Männer. Sie hören überall dazu. Sie machen mich. Sie machen mich, was sie wollen, was sie wollen, wann sie wollen. Behinderte Menschen bekommen die Hilfe, die sie brauchen. Das muss in dem neuen Bundesteilhabegesetz stehen. Es weiß noch keiner, was wird genau in dem Bundesteilhabegesetz stehen. Wir wollen ein gutes Bundesteilhabegesetz haben. Deshalb fordern wir diese Dinge, gehören zu einem guten Bundesteilhabegesetz dazu. Wir fordern behinderte Menschen mit Hilfebedarf. Sie sollen so viel Geld sparen dürfen wie nicht behinderte Menschen. Viele Behindertenfrauen und Männer brauchen Unterstützung. Wir nehmen diese Behindertenmenschen. Behindertenmenschen mit Hilfebedarf. Hilfe für Behindertenmenschen mit Hilfebedarf kostet Geld. In schwerer Sprache heißt dieses Geld Eingliederungshilfe oder Sozialhilfe. Oft bezahlt das Sozialamt diese Unterstützung. Bis jetzt ist es so. Für dieses Geld gibt es eine besondere Regel. Ein behinderter Mensch mit Hilfebedarf darf nur 2600 Euro sparen. 2600 Euro sind wenig Geld. 2600 Euro gibt man schnell aus. Zum Beispiel für Urlaub oder für einen neuen Computer oder für Möbel. Wenn ein behinderter Mensch mit Hilfebedarf mehr Geld gespart hat, dann muss er seine Hilfen selber bezahlen. Bis er nur noch 2600 Euro fangt. Wenn ein behinderter Mensch mit Hilfebedarf viel verdient, dann muss er einen Teil von seiner Hilfe selbst bezahlen. Das bedeutet, behinderte Menschen mit Hilfebedarf sind oft armen. In ihr ganzes Leben lang. Nur weil sie behindert sind. Und weil es die Regeln mit 2600 Euro gibt. Wenn ein behinderter Mensch mit Hilfsbedarf verheiratet ist, oder mit einer Partnerin zusammen wohnt, oder mit einer Partnerin zusammen wohnt, dann ist das so, dann darf das Paar zusammen nur 3214 Euro versparen. Wenn das Paar mit Geld gespart hat, dann muss der Partner die Hilfen mitbezahlen. Oder die Partnerin muss mitbezahlen. Und dann wird diese Person vielleicht arm. Das bedeutet also, Man kann schnell arm werden, wenn man einen behinderten Menschen mit Hilfsbedarf heiratet, oder mit ihm zusammenlebt. Das ist ungerät. Wie viel Geld hat der behinderte Mensch mit Hilfebedarf gespart? Wie viel Geld verdient er? Wie viel Geld hat der Partner oder die Partnerin gespart? Wie viel Geld verdient der Partner oder die Partnerin? Wenn behinderte Menschen Hilfe brauchen, weil sie behindert sind, dann sollen sie diese Hilfe nicht selber bezahlen müssen. Das ist für diese Hilfe sehr wichtig. Bis jetzt ist es so, oft bezahlt das Sozialamt. Die Hilfen für behinderte Menschen. Da soll es so sein, diese Hilfen sollen nicht mehr zu sozialen Hilfen gehören. Überall in Deutschland sollen die gleichen Regeln gelten. Wir fordern, alle behinderten Menschen bekommen Unterstützung, da wo sie Hilfe brauchen oder benötigen. Das heißt, jeder behinderte Mensch soll selber entscheiden, welche Hilfe er braucht, welche Hilfe er bekommt. wer ihm hilft, wann er Hilfe bekommt, wo er die Hilfe bekommt. Und jetzt ist das ein kleiner Text für den gehörlosen Menschen. Ein gehörloser Mensch benutzt Gebärdensprache. Die Person spricht mit den Händen. Die Zeichen nennt man Gebärdensprache. Noch weniger gehörende Menschen können Gebärdensprache. Dann braucht ein gehörloser Mensch Hilfe. Das machen Gebärdensprache. Gebärdensprache. Diese Hilfen kostet Geld, was natürlich selbstverständlich ist. Alles kostet Geld. Ein behinderter Mensch kann nicht allein trinken. Die Person braucht Hilfe. Die Hilfe kostet Geld. Die Hilfen haben einen schweren Namen. Persönliche Assistenz. Dritter Punkt. Vier Vorteil aller behinderten Menschen haben ein Recht auf Teilhabe. Dieser soll jeder behinderte Mensch in diesen Dingen Hilfe bekommen. Z.B. für Lernen und Bildung. Z.B. in der Schule, für die Arbeit, in der Freizeit, beim Schreiben, beim Unterwegssein, z.B. beim Autofahren, bei persönlichen Dingen, z.B. Essen und Trinken. Behinderte Eltern bekommen Hilfe, damit sie ihre Kinder versorgen können. Punkt 4. Wir fordern ein Bundesteilhabegeld für Menschen mit Behinderung. Bundesteilhabegeld. Es ist ein schweres Wort. Mit dem Geld bezahlen behinderte Menschen bestimmte Hilfen selbst. Dafür holen sie sich behinderte Menschen. Z.B. Hilfe. Für Dinge, die sie nicht selber machen können, weil sie behindert sind, also beeinschränkt sind. Für Dinge, die sie nicht so gut alleine machen können, weil sie beeinschränkt sind. Mit dem Bundesteilhabegeld Geld bestimmen, behinderten Menschen ihre Hilfe selbst. Das Bundesteilhabegeld hilft z.B. dabei, ein blinder Mensch benutzt ein Taxi, oder eine blinde Frau, bezahlt jemandem zum Vorlesen. Dafür wäre das Bundesteilhabegeld. Eine Frau mit leeren Schwierigkeiten nimmt eine Unterstützungsperson mit. Zum Beispiel, wenn sie ins Kino möchte und nicht alleine gehen kann. Dafür wäre das Bundesteilhabegeld. Das ist beim Bundesteilhabegeld wichtig. Behinderte Menschen mit Hilfebedarf müssen dann nicht mehr das Sozialamt fragen, ob sie für bestimmte Hilfen Geld bekommen, sondern sie nehmen dafür einfach ihr Bundesteilhabegeld. Das muss auch in dem Bundesteilhabegesetz stehen. Bis jetzt gibt es blindengeld für blinde Menschen, sehbehindertengeld für sehbehinderte Menschen, Geld für gehörlose Menschen, Geld für gehörlose Menschen, Geld für taubblinde Menschen. In jedem Bundesland gibt es andere Regeln dafür. So sollte es sein. Dafür soll es dann das Bundesteilhabegeld geben. Vier Furchten. Blinde Menschen bekommen genauso viel Geld wie vorher. Sehbehinderte Menschen auch. Gehörlose Menschen auch. Taube, blinde Menschen auch. Diese Menschen bekommen in jedem Bundesland gleich viel Geld. Punkt 5. Vier Furchten. Insklusion ist das Wichtigste. Sondereinrichtungen sind keine Insklusion. Insklusion ist ein schweres Wort. Insklusion bedeutet, behinderte Menschen haben die gleichen Rechte wie nichtbehinderte Menschen. Jede behinderte Frau und jeder behinderte Mann kann überall mitmachen. Jeder kann selber entscheiden, was will er mitmachen, wo will er mitmachen. Das ist besonders wichtig. Es muss neue Regeln für die Unterstützung geben, damit es überall Insklusion gibt. Auf der nächsten Seite gibt es Beispiele für Exklusion. Dann lese ich euch jetzt mal vor, was eine Exklusion ist. Insklusion für behinderte Kinder und Jugendliche. Alle behinderten Kinder und Jugendliche bekommen die Unterstützung, die sie brauchen. Bis jetzt ist es so. Für körperbehinderte Kinder kommt das Geld für die Unterstützung vom Sozialamt. Für psychisch krankte Kinder kommt das Geld für die Unterstützung, zum Beispiel vom Jugendamt. So sollte es sein. Für alle behinderten Kinder kommt das Geld für die Unterstützung vom gleichen Amt. Zum Beispiel Unterstützung für die Schule, Unterstützung für die Freizeit. Für behinderte Jugendliche soll es auch so sein. Behinderte und Nichtbehinderte wachsen zusammen auch. Sie gehen zusammen in den Kindergarten und in die Schule. Bis jetzt ist es nicht noch oft so. Viele behinderte Kinder gehen in die Schule für behinderte Kinder. So soll es sein. Jede Familie soll selber entscheiden können, ihr behindertes Kind gehen. In einen Kindergarten mit nichtbehinderten Kindern. Ihr behindertes Kind geht in eine Schule mit nichtbehinderten Kindern. Ja. Für behinderte Jugendliche soll es auch so sein. Inklusion auf der Arbeit. Bis jetzt ist es noch oft so. Viele behinderte Menschen arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen. So soll es sein. Behinderte Menschen entscheiden selber, wo sie arbeiten wollen. Niemand soll in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten müssen. Niemand soll in eine Tagesführung der Städte gehen müssen. Behinderte Männer und Frauen müssen auch andere Angebote bekommen. Vier Furchter. Wenn jemand einen normalen Arbeitsplatz will, dann muss das gehen. Das muss man unterstützen. Wenn ein behinderter Mensch an einem normalen Arbeitsplatz Unterstützung braucht, damit er seine Arbeit gut machen kann, dann muss die Unterstützung gezeigt werden. Die Unterstützung ist wichtig. Sonst kommen behinderte Menschen mit Hilfebedarf oft in Werkstätten für behinderte Menschen. Oder sie kommen aus Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr raus. Das gilt für Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf. Sie sollen nicht in die Förderstädte müssen. Sie sollen ihre Hilfe auch an anderen Orten bekommen. Inklusion beim Wohnen. Wenn jemand beim Wohnen viel Hilfe braucht oder benötigt, dann sagt das Sozialamt oft, eine eigene Wohnung ist zu teuer. Wohnen im Heim ist billiger. Menschen mit großem Hilfebedarf müssen deshalb im Heim leben. So sollte es sein. Behinderte Menschen entscheiden selber, wo sie wohnen wollen. Niemand soll im Heim leben müssen. Behinderte Menschen sollen in der eigenen Wohnung leben können. Wer in einer eigenen Wohnung leben will, der soll Unterstützung bekommen. Auch wenn er viele Hilfe braucht. Auch wenn die Hilfen in einer Wohnung manchmal teuer sind als ein Leben im Heim. Wir furchten. Wenn jemand in einer eigenen Wohnung leben will und nicht im Heim leben will, dann muss das gehen. Das muss man unterstützen. Die Unterstützung in der eigenen Wohnung muss bezahlt werden. Sonst kommen behinderte Menschen mit großem Hilfsbedarf auf den Heimen. Oder sie kommen nicht mehr aus den Heimen raus. Wer vor Ort denn? Es soll mehr persönliche Mut geben. Ich weiß zwar nicht was das heißt. Das hat bestimmt so ein spezielles Wort, was ich euch nicht beschreiben kann. Persönliche Budgets ist ein schweres Wort. Das heißt, der behinderte Mensch bekommt Geld, damit er seine Hilfe selber bezahlt. Der behinderte Mensch entscheidet selber, was für Hilfe er braucht. Das muss überall gehen. Behinderte Menschen entscheiden selbst. Zum Beispiel in der Freizeit. Was wollen sie mitmachen? Wo wollen sie mitmachen? Wann wollen sie etwas machen? Sechster Punkt. Wir fordern, behinderte Menschen sollen ihre Rechte kennen. Sie sollen ihre Rechte verstehen. Behinderte Menschen sollen gut beraten werden. Das ist in der Beratung wichtig. Was will der behinderte Mensch selber? Wer macht die Beratung? Wo ist die Beratung? In schwerer Sprache sagt man, die Bedeutung soll im Sinne von behinderten Menschen sein. Die Beratung soll unabhängig sein. Behinderte Menschen sollen selber beraten. Behinderte Menschen wissen, was das ist, mit einer Behinderung zu leben. Deshalb verstehen behinderte Menschen andere behinderte Menschen oft besser. Behinderte Menschen beraten andere behinderte Menschen. Das heißt in schwerer Sprache. Das heißt in schwerer Sprache. Per Kunzeeling. Man spricht. Man spricht. Man spricht. Da spricht man so. Per Kunzeeling. Behinderte Menschen. Behinderte Menschen müssen Rechte kennen. Alle Informationen soll es zum Beispiel so geben. In leichter Sprache oder in gebärten Sprache oder in blinden Schrift. Oder jemand liest die Informationen vor. So, jetzt folgen wir zum letzten Punkt und das ist der siebte Punkt. Wir fordern nichts über uns ohne uns. Behinderte Menschen sollen mitentscheiden, wie das neue Gesetz wird. Vereine von behinderten Menschen sollen mitentscheiden, wie das neue Gesetz wird. So, ich bin mit meinem Lesen fertig von 21 Seiten. Wenn sie noch mehr, wenn sie noch mehr wissen wollen, hier steht eine Internetseite. Ich lese euch die Internetseite gerne vor. Und wer Interesse hat oder mich nicht so akustisch verstanden hat. In meinem Video, der kann eine Internetseite eingeben. Hier steht, das ist einmal www.teilhabegesetz.org. Und ja, das war's, liebe Leute, von mir, von dem schrecklichen Bundesgesetz. Von 21 Seiten. Und ihr könnt mich gerne abonnieren, mein Video. Und ihr könnt gerne abonnieren. So Leute, hiermit möchte ich mich von euch ganz herzlich verabschieden. Ich weiß nicht, ob ihr alles verstanden habt oder nicht. Und deswegen möchte ich euch mal bitten, wenn ihr mich nicht so ganz oder erkustisch verstanden habt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, mein Video. Oder ein paar Kommentare hinterlassen. Und ich werde natürlich eure gestellten Fragen beantworten, so wie in meiner Macht steht. Auf jeden Fall werde ich mir große Mühe geben. Ich werde versuchen, euch das zu beantworten. Und vielleicht nicht direkt, aber ich werde mir große Mühe geben, eure gestellten Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, ich bin jetzt mit meiner Kurzversion vom Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Beeinträchtigung zu Ende. Ich kann euch nochmal zeigen. Das habe ich euch jetzt alles vorgelesen. Das entspricht 21 Seiten. Und es gibt aber noch eine lange Werteung vom Bundesteilhabegesetz. Das entspricht dann ein bisschen mehr Material. Das sind so ungefähr über 100 Seiten verteilt. Und vielleicht lese ich euch das bei meinem nächsten Video vor. Und jetzt möchte ich mich hiermit von euch verabschieden. Ihr wisst, ihr könnt mir Kommentare hinterlassen unter meinem Video. Ihr könnt mich ganz gerne Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Aber es wird mich natürlich freuen. Daumen nach oben. Und je mehr aufrufen, desto besser. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Über das Bundesteilhabegesetz von 21 Seiten. Und ja, dann verabschiede ich mich ganz herzlich. Danke für euer Zuhören und für eure Zeit. Und ja, mein Video kommt so bald, wie wenn ich mehr Informationen habe. Bis bald. Ja, euer Dmitri. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.